was er zusammen mit am starten mit roth so platz in den es ist wieder dabei haben denn es so wie sie mal wieder die man leistungen und ja normal zumal wieder im live stream die nächste spieler noch ein bisschen sein es gibt ja ausnahmespiele wo man sich in der stunde meisten werden jetzt um ein bisschen aufgenommen weil es hat einfach passt so ich spüre jetzt kreis sie wieder schön mit meinen wilden tuch 1 2 halte pro sie das tuch fällt nie runter aber wedelt immer im winz herum ja hikerin jungle hammer ich habe eine morgana als ab heute eigentlich trash haben aber heute zuerst spielen wenn er halt keine morgana spielen wollte einen gewagten pick in der mitte einen kathos meiner meinung und ohne items danke und eine ruben namens denn es natürlich danke für den tipp ich habe mir keine items gekauft das wäre mir glaube ich nicht eingefallen wenn der liebe agent mir das nicht geschrieben hätte danke übrigens ja nochmal auf deine antwort oder auf deine aussage zu kommen ich finde es auch mega nice wenn man halt leute die rüber fliegen wollen oder zum beispiel ulti ist wie zum beispiel mit tristana die ihren weh macht und weg gehen will aber du triffst ihn trotzdem noch mit den huck oder oder wie heißt es denn ja hörte was willst du beschreiben oder shivana wenn sie weg wenn sie schreit und wegrennen will ja das hast du gut gemacht da kann ich es nachher und dann zack kommt es ja wieder klar die können ja nicht weg mussten erst mal das problem klären bevor sie weg geht ja das ist es nicht natürlich den konflikt einfach nicht so was darf nicht passieren aber zum leben haben wir einen löschen und eine dj so nahe man richtig party auf dem botten land okay du bist mitte ja ich hab gerade mit stets getauscht weil wir uns gesagt haben ja auch wir auch decken beide und dann haben wir uns einfach gesagt ja dann geht du halt auf die top und das wurde ja gleich mal einen länden zu für gemacht denn es gibt mitte gegen selbst der kardus geht top gegen gegen die sand die an die sand war ich es will nur noch selbst sein kriegt ja auch den stand noch ich hab der support ist schlecht die harry sind mich auch gerade mega das einzige was nervt kann ich mir gut vorstellen ja immer diese so aus beim er hat die sona spämmte vermutlich die Menschen von diesen komischen strafen luschen mit komisch die manchmal mega krass irgendwo hin und längst der alter was mit zu informieren der hochgeschüttel mit zweit und dann kommt er trotzdem das war noch auf dich zu es gibt glaubt jeder da ist noch genau so kann wenn wir zu nah ran gehst und zu lassen dann kriegst du erst mal einen schönen Doppel Hüt von den Dingswerken ja, boah, alter ja, dann Dino, oh man is so is so böse gerade Dings, die neint mir gerade wissen ich war letzten ich war letzte Season auch Gold ah, hab mich auch nicht drum gekümmert hab glaube 2 Monate oder 3 Monate davor gespielt und hab mich auf Gold hochgespielt ich wollte dann noch den letzten Monat Platin kommen aber ja, das hab ich nicht geschafft auch die Kondition war nicht dazu die Konzentration auch alles mögliche und so viele Faktoren, wo ich dann irgendwann kein Bock mehr hatte ich glaub die die meinte nett nicht eigentlich nicht genug damage aber ich würde nicht sagen dass bottom lane verloren ist aber ja ja, ich versuch dann noch ein paar Dings auf der bot zu machen weil irgendwie spams ihres Spels irgendwie komisch die Nightmare Minions ja ja lass mal okay also doch nicht so gut oder was ja, das war halt gerade wir wissen, ob es sich geflasht ich weiß gar nicht ich hab grad gar nicht hingeguckt nicht geachtet ich war, ich war lowlife also und er hat mich halt weggedasht vor den Naughty Hook dass er mich nicht bekommt und ich weiß halt nicht ob er sich geflasht hat oder nicht das kann ich jetzt gar nicht sagen weil ich grad nicht darauf geachtet hab auf jeden Fall hat sie einen Coup gemacht und den aufgeladenen Auto-Attack die so nah hat hat mich halt gekillt das war mir halt irgendwie klar aber das Problem ist meiner Meinung dass die halt uns tierisch scherrissen können die ganze Zeit irgendwie spammen können und dass die Morgana ihres Belts die ganze Zeit irgendwie so komisch setzt dass sie mir den Minions bisschen denied und ich komme irgendwie nicht ans Farm und sie ist sie stunt auch fast niemand sie hat bisher kein einzigen Champion gestunt weißt du ok das ist halt das dumme daran sie hittet auch die Minions sie hittet auch die Minions was ich überhaupt nicht leiden kann weißt du das macht nur was halt so und wenn sie dann ein Stunt mit ihrem W und dann ihren W drauf macht ihre gepeinte Erde dann macht sie halt nichts so aus ja 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 ich lastete grad wieder jetzt dafür ah man 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 ja letzte Runde beschwert dass ich doof lastete und dass ich mit einem Adela besser lastete und jetzt spiel ich ein Adela und lastete grottiger als mit Ari von was bist du denn überhaupt Agent Crater du hast ja gesagt zwei Accounts letzte Season wolltest du ja versuchen zu Blatt zu kommen aber hast es nicht geschafft was bist du da jetzt trotzdem mit dem Account und ich hoffe dass er der Kartus macht ja anscheinend läuft das aber der auch nicht so ist sehr schön mal schauen wir müssen halt irgendwie Lanes dort auf das naja ich weiß nicht ob das so bad war das Problem ist dass du Support bist gerade Moment meine meinung warum habe ich mir ein zweites Dorans geholt ich habe ich passt gerade nicht auf mir gerade ein zweites Dorans Blatt geholt und die Frage ne hm warum ich mir das geholt habe sehr schön sehr 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 schön ja wir können spiel ich weiß nicht wir müssen halt wirklich ein bisschen übers komol so bei Lenin Chris ist wirklich bekloppte die Morgana hat die den Duschen an den Krieg wenn ich mal Stunts oder so ist wer sendet die Morgene Minions gerade im Moment trotzdem ist noch da fliege pfing jetzt will wir jetzt über mittelgängen kommen oder was der liebe das nette fertigen keine ahnung ich weiß dass der nauti mich die ganze zeit käme da das ist voll nervig dachte ich schon warum ist ja nicht mehr so lange boten leute jetzt wird diese tolle bug wieder mit diesen minions was wir gerade gesehen haben mit diesem schnelligkeitsboost das ist ja mega schön 44 zu 64 naja gut würde sagen wenigstens nicht so schlimm aber so wie wenn man gegen die spiel wie ist er denn weiß wie ist er denn ein alli hat geblieben mein gott forgiven es ist wie wenn man gegen forgiven spielt werden lassen aber nur dass es gerade meine schrift war nicht dass es die anderen können ja nichts dazu irgendwie das gefühl dass sie uns gleich stun und sehr interessant sehr interessant der hieger toll okay dings war gerade bei tippen mir doch egal kommen wir jetzt ich gebe ein ulti nicht raus ich habe ich weiß nicht wie ich sie bekommen habe aber ja ja gut zwei gegen zwei getradet das ist schon doof dass der dings halt doppelkipp bekommen hat dass der luschen jetzt ja es ist halt doof aber gut meine güte wir haben jetzt den jungler und support dafür bestraft und da hier ist sogar draußen bei mir sind auch beide sammeln draußen aber ich glaube von denen auch fast alle ich habe nicht mehr ich habe keine Zeit ich habe keine Zeit da werdet nicht glänzen sollen dass wir zu lassen sollen keine ahnung sind ja ich komme gegen diese auf jeden fall deswegen weiß ich gerade nicht warum man nicht set war ich weiß nicht viel schlimmerer pick einzelne blog und ein ding ist nicht der kater kann kann man halt immer noch interruption ist halt nicht mehr da macht hat die ulti drauf und dann kommt also nur mutter und man braucht halt exhaust dazu muss er wirklich auf exhaust spielen damit in der mensch wirklich lindert aber wenn man das halt nicht hat das ist ja das ding ist ja noch nicht ob ich mich jetzt trauen kann nur alleine da botten von zu gehen anscheinend nicht was sie das gerade dazu bringen auch auf monat zu gehen er hat mich schon mal wo die noch gar das da wo denkst du nicht können jetzt irgendwas rücken organe du denkst du es wirklich ich habe mich wenn das war ansatz zu das wirklich ja von mir aus sind dann jemanden Wenn wir über den Stunten. Das ist so lächerlich. Sie pingt die ganze Zeit auf irgendjemanden. Dann soll es doch jemanden Stunten. Stehe diese Pingerei gerade nicht. Sie pingt die ganze Zeit, dass ich auf den Duschen soll. Kann nicht, wenn sie die ganze Zeit hinter mir steht und kein Stun landet. Jetzt macht sie wieder den Stunten raus und macht es irgendwas sinnlos. Das ist so. Das ist jetzt 5-0. Krasse Chance. Ankloppt Drake. Denk mal, lass die Drake machen. Die netten Leute von nebenan. Ich denke mal, lass die Drake machen. Okay, ich kann das vielleicht schon mal vergessen. Ah, Drake ist weg. Push top lane, push top lane. Wir sind gerade bei Drake. Ja, da kommt die Seite top fort. Ne, 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 aber der wurde aufgehalten, der wurde gerade aufgehalten. Nice. Ja, was, ey, was tänzt ich denn noch im Blumen? Die haben doch da gewonnen, die wissen ganz genau, dass ich da gerade bin. Schaffst du den Tor? Jo. Nice. Ja, das ist halt nicht da. Pass auf halt. Probier's. Ich dachte, die haben da gewonnen, bei den Blue. Ich wünsche halt nicht. Ja, Leadingfest ist leider vorbei. Das ist halt das Dumme daran. Kann ich halt auch nicht so viel machen gerade. Ich muss noch Farm aufholen, den ich halt total vermisst habe. Ich versuche jetzt noch ein bisschen Button zu farmen. Um eventuell den Tor zu bekommen, aber... Ja, Button bleibt noch, das ist sehr schön. In der Mitte. Ah, Z kommt, oder? Ist das gerade richtig Z kommt? Könnte, ja. So. Einen kleinen Slowpush rein gemacht, aber das ist kein großer Slowpush. Ich hoffe, die ganzen Minions gehen auf die Diener noch. Und alle Wuchen bekommen die nicht. Na, aber ich bezweifelst. So, 5. Gold wird man noch, damit wir uns die Berser kaputt kaufen können. So, denn es ist jetzt wie bei dir auch gerade. Farmtechnisch. Oh Gott. 84 zu... Weniger. Ne, zu mehr. Nice. Good Job. Good Job. Good Job. So. Pass auf, der Cent ist es. Weiß halt nicht wo er ist. Kann halt über... Ja. Wer ist Mitte? Wer ist Mitte? Na top gekommen, er ist auf jeden Fall ein Fliegerfilm. Ja. Report Kato, Pressing R without reason. Nice one. Das ist... Das ist gut. Best Report Grund ever. Ja, Morgana, gehen einfach mal Bottom. Heim Mitte. Ja, meins war grad Bottom. Heim Mitte, ja. Heim Mitte, I'm helping. Ja. Lass mich Arzt, ich bin durch noch. So. Ah, krass. Ah, meine Nase. Ah. Ich bin die Berserker Nase. Super, ist irgendwie zu schaffen. Krass. Oh, mein Gott, Alter. Oh, mein Gott, Alter. Alter. Wenn die schlau sind, bottom landen, würden die beiden bottom pushen, aber anscheinend. Zuhn sie dies nicht und ich, ja. Form selber weiter. 50 Farms ist jetzt vorne, krass und scheiße. Ist irgendwie besser aufhören. Wenn es, das war diesmal nicht so einfach wie... Ja, das war scheiße. Ich hab am Anfang so oft am Set gestorben. Und dann... Ah, wir haben Kathos. Wir haben Kathos. Wir müssen halt wirklich da drin mit Worten, äh, fighten, wo der Kathos heute ist. Das ist halt mega wichtig. Ja. Pass auf auf die Sondra. Ist schon da bottom land gelaufen. Hättet's top pushen gehen. Ah, ist halt doof. Ja, ganz halt. Der holst jetzt farm, 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 farm. Ich wollte jetzt auch glaube ich bottom form. Ah, bottom lock. Ganz witzig. Bin ich grad alle unten, ne? Ist so dumm. Ich war einfach dumm. Das ist so stupid. Die ist reingeflasht, hat Ulti gemacht und man hat gesehen. Yes. Das hat jeder gesehen, dass die bottom ist. Die flasht sich rein, macht die Ulti, alles mögliche. Unmöglich, diese Frau. Ja, ich weiß nicht was ich treffen soll. Bottom oder... Ja, es ist lächerlich. Oh. Oh, nice. Ist ja schön. Schön. Ist das halt bei euch? Ne. Ja, das ist ja schön. Hätt ich Support gespielt? Wär echt viel besser als Support gewesen. Ehrlich. Ich hab Angst, dass der Setup auf die Topline kommt. Ja, aber nur ein Team Blade. Wurde es grad von der... von der Lisanta Ulti gestaunt. Ich hab das Kopf von hinten. Naja, wow. Das ist halt auch so. Irgendwie meine Meinung. Sie sind set. Ja, ja. Ich bin knapp tot. Wurde es. Wurde es. Wurde es. Wurde es. Wurde es. Wurde es. Ich bin knapp tot. Schrake ist da. Bist du ein Schrake? Ja. Gut. Ey, nice. Ich hab ein, zwei, drei Stats und ein, zwei, drei Farm. Ich hab's nicht, ob ich den Bottentor bekomme. Was ist denn da bei dir? Niemand? Nee, ich dachte, Set ist es. Was ist denn? Naja, das war nur nautiger. Gut Glück. Dann wird tot. Wär tot! Doch nich. Ich dachte, ich dachte. Oh, nice one. Gute job, ey. Bist du da in der Mitte? Das einzige Problem, was wir gerade haben, ist, dass wir halt so krass reingepusht haben auf der Bottom Lane. Ich finde, unser einzigstes Problem ist das zweite Moment. Ja, okay. Komm mal rein, ich glaube, ja. 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 Ich erinnere mich, oder lass uns einfach mal immer Set bannen, wenn... Naja, ich bin auch grundsätzlich Set, weil ich komme auch, wenn ich Mitte spiele, nicht gegen ihn klar. Ja, mit Ari geht's, finde ich es immer noch relativ human, weil du kannst halt bei Set, wenn er seine Ulti zündet, immer hinter dich den Charme setzen. Aber das hat ja immer hinter dir mit der Ulti rauskommt. Das wird einfach nur mega assi. Und das hat ja immer wieder... Um den Rest zu überleben. Ja. Ja, finde ich auch doof, dass ich gerade den Gegenden in Lucian nicht gewonnen habe, aber der Lucian hat es halt irgendwie schlau eingestellt. In dem Moment, wo ich Ulti machen wollte, ist er halt nach hinten getasht. In der Entgegensenzte Richtung. Ja. 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 Na. Ja. Ja. Ja,umen. Ja. Glückwunsch! Jo, ich treffe gerade den Tower mit meinem Leben. Ich bin auch gleich in die Mitte gekommen, irgendwie hinterhältig. Na, ich bin mittels geworden. Ja, ich bin deswegen hinterhältig, wirst du hier irgendwie von hinten oder so einen kommen, Dublin. Jo, nice. So, ey, Bro, ich mach nicht so viel Damage, wie du gedacht hast. Ja, die Ulti von Kados ist raus. Boah, die Santa Nallen, ja, die dort ist schon. Die darf doch wieder Ulti abbauen. Naja, denke ich auch, ich gehe komplett weg irgendwie. Will stay and protect? Okay. Okay. Lol, Morgana, please. Was? Sie hat halt einfach ins nichts gekuhlt und klar. Was? Alter, da helfe ich dir nicht, mein Freund. Leute, der Kados, was macht der Kados denn da? Alter. Was? Was? W- Frag mich nicht, was sie gerade machen. Ich brauche 400 Gold, dann kann ich mich stattdekomen. Ah, toplein! Auf zu toplein! einfach mal ja dann hey geil auf doch mal hin du bist doch der jungler aber tut mir leid du bist ja tot. Hab ich vergessen. Irgendwie Angst, dass gleich Zett kommt. Na, Zett ist noch drauf. Einmal einen Slow-Push-Doplane habe ich angewendet. Oh ne, doch. Gold. Kann kein Slow-Push anwenden. Zett lebt jetzt auch wieder. Wir fighten halt gerade alle einzeln, ey. Das ist halt mega dumm, was wir gerade abziehen, ey. Wer hat surrendered? Der Higa, oder? Ne, der Carlos hat surrendered, ja. Ich muss jetzt mit der Mitte irgendwie defen, aber ich bezweifle, dass ich das machen kann. Gut job. He, also Ruben reported. Same with Mork. Ja, ich spiel aber halt auch gerade einfach scheiße. Ah, es läuft gerade wirklich schon. Jo, bin tot, ey. Sehr schön. Alter. Good job. Aber krass, dass du denn noch überlebt hast, Dennis. Ja, Mann. Tut das Schild und ich meinte, ey. Hytra ist das Beste. Alter Schwede, ey. Das ist nur überlebt hast, ey. Hytra ist das Beste. Ich hab noch nicht immer Hytra. Auch hast du? Ja, jetzt so. Ja, jetzt so. Na so. Das Ausgebot. Kann sagen. Ja, du brauchst mich nicht zu belügen, du hast das schon, ja. Also, Freundchen. Ich hab grad die ganze Zeit mit ihr am Ort gekauft. Ja, bottom, slowpush oder was? Oder was auch immer was. In meiner Meinung haben wir das besser über Late Game. Aber warum? Meier. Ja, das ist klar. Das hat noch später nichts. Wegen Katos und alleine schon wegen Hygah. Aber im Moment sind wir halt sowas von krass behind. Das ist halt einfach unnormal. Ja, das stimmt. Oh mein Gott. Tschüss. So, tot ist er. Oh, er ist schon wieder tot. Boah, Alter, hast du noch bekommen hab. GZ, Fett, dass du Doppel-AK bist. GZ. Morgana war noch am Leben. Die Sandra auch noch. Krass. Ich dachte, die sind alle tot. Ja. Ja. Ja, da wollen wir mal wieder weg. Irgendwo. Aber ich hab mir jetzt einen Red Buff geholt oder nicht. Ich dachte, ich hab mir einen Red Buff geholt. Ja. Hab ich. Aber der ist jetzt nur weg. Ja. Schau. Ja. Das ist ehrlich gesagt traurig. Ja. Ja. Nimm dir, Dennis. Nicht mich. Dennis. Dennis. Ja. Ja. ja reichs aber schnell auf grad fährt oder kann das sein irgendwie das letzte mal so hat sie das wieder aufgestiegen ist das das nur wir sind alle so was von vor ja ich bin auch tot aber das ist sehr schön das ist sehr schön das wir gerade alle bekommen Eigentlich, meine Meinung, oder? Neues Das Einzeste, was wir gerade begrüßen können Achso, ok Ah, das ist wohl gerade Ich habe den Set von Sett Alles überlebt eigentlich Da kam die Sandra Dann war es vorbei Ja, ich habe mir gerade zwei mal überlegt Ob wir noch mal reingehen Ne, ob ich noch mal reingehe Weil ich halt eigentlich schon so gut wie tot war Ah, der ist jetzt schübst du wenig Schaden Macht der Tarkatus Ah, der Tarkatus braucht durch Warum kauft er sich Eggers? Sollte sich mal auf Voidstuff konzentrieren, der Kunde Was ist das denn für einer? Fuck, ich nicht Ich weiß nur, dass der Set kommt, ich dort bin Ja, wenn wir genauso Da ist jetzt Oh, ich habe es sogar noch geflasht, Alter Schön Ja, sehr schön Sehr, 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 sehr schön Das war eine gute Idee, ja, muss man dazu sagen. Ja, die war nicht schlecht. Ich weiß grad sowieso nicht, was er grad abgegangen ist, die sind da reingegangen und ich wusste nicht, was, ich hab nur gesehen, dass der Set da hinter dir läuft und dann dich gedötet hat, aber mehr hab ich da nicht gesehen. Ja, ich hab halt sogar noch ausgeflasht, weil ich gedacht hab, ich überlebe es, ey. So. Ich weiß aber grad nicht, was der Heger gemacht hat, deswegen will ich den noch nicht zuflamen, weil ich kann es grad nicht bewerben. Ja, nimm dir doch den Blue. Ich komm hier langsam an den Kills ran, das ist schon mal sehr schön, aber der Lucian hat trotzdem noch mehr. Ah, gut, das ist, wird so. Bist tot, oder? Ist das Set, oder was? Nur lebt das jetzt noch weiter. Weg damit, mit diesem Dreck scheiße, ja. Wir werden auch gleich mal böse hier, ja. Ja, es geht mit Tiersstoffen. Nein, ich will nicht, ich will nicht gefrüßt werden. Alter, Fries gegen den Hacker, ey. Ja, dass sie sie noch bekommen haben, das war halt schon ein bisschen durch. Ich hab ja aber nichts. Was ist das? Was ist das? vamos, einen fastう? Was ist das? Oh, du Schmull. Einfach mal so. Mann. 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 rapat uns was ich war wieder mal nicht verstehe dort ist das banner geholt warum das denn keine ahnung der kauf oder was scheint schon irgendwie bin ein wirklich noch an der überlegung ob wir so schaffen es ist schon krass muss man nicht sagen hallo hecker so schön so kurs ist unsere froh das ist bloß nicht ist da noch jemand boah alter was ist das für ein fight 2 gegen 2 gegen 4 mal getradet eigentlich ein ganz guter trade die sandtreibig ist mir so auf den pisser und wow das war ja schön du hast ein teleport gejuset und kein kill bekommen sehr schön sehr schön hast du es gemacht die sandra kriegst du einen Kicks dafür mann 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 wenn man diese sindlose greediness von denen ja ich krieg den ich krieg den ich krieg den ich will einfach nur die lane pushen ja nä da hättest du ja die lane noch gepusht hier da was da ist und wäre noch länger geblieben wir hätten den slowpush gemacht jetzt hier hat nichts gemacht das SS im Moment nice mein kill brauch die kills ok da ist das set schlägst du wo ist das set top ich werde mir auch mal quack zu beschweren gefährlich top keiner von hinten kann mann wenn du für mich von hinten rappen kann ich habe angst ich will nicht von hinten jubbern werden er wird dich von mir schon was macht ihr denn da was macht ihr denn da ist ja die verrückt bisschen was war denn das grad so dennis ja ich will da eigentlich drauf gehen ja irgendwie komisch ja 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 die bin da halt nicht reingehen das ist halt fakt so Ich weiß halt nicht, ob die das enden können, denkst du, ob das enden? Keine Ahnung. So, meinst du, ey, gerade nicht verlieren, das weiß ich. Das war eigentlich gerade so meine letzte Hoffnung in den Kartus-Passive, da noch irgendjemandem was zu regeln gegen die ganzen... Naja, Leute, ich sag mal, das Spiel ist gelaufen, wir hören uns bei der nächsten Folge bei Roll2Platin, es ist schade, dass es gerade so verloren ist. Oh, naja, meine Güte. Leute, die im Stream sind, wir hören uns, und ja, tschau.